Sieht er gut aus? Sieht er gut aus? Sieht gut aus. Ihre ersten Schritte als Künstler, als Schauspieler, sind die noch präsent? Ich habe gerade erzählt, ich habe als Schneiderhupf, als Zwölfjährige, meine Mädchen aus der Klasse eingeladen, sich das anzusehen. Und danach haben sie mich überhaupt erst wahrgenommen. Vorher war ich so eine Dürre, so eine Bohnenstange, da war ich gar nicht... Und dann auf einmal haben sie gesagt, ach guck mal, hat aber alles nichts gebracht. Ich habe dann Maschinenbau studiert, also nein, ich habe Maschinenbauer gelernt. Drei Jahre und dann bin ich noch extra acht Semester zur Filmhochschule gegangen nach Babelsberg. Und dann wurde ich auf die Zuschauer losgelassen und das waren dann an der Volksbühne in Ostberlin meine ersten Schritte. Und da durfte ich vor 50 Jahren meinen ersten Film dann machen bei den Filmstudios. Da in Babelsberg. Und dann habe ich so ein paar Filme gemacht, ja. Gibt es so für Sie nach der langen Zeit ein persönliches Erfolgsgeheimnis, so was Sie für sich erkannt haben? Darum habe ich es geschafft? Nein, ein Erfolgsgeheimnis gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt eher ein Geheimnis, wie überlebe ich? Ohne, dass ich verrückt werde, ohne dass ich vor Neid zerfressen werde und den Krebs kriege. Oder mich übernommen habe mit einem Rollenangebot, wo ich auch den Krebs kriege. Also sozusagen ein Erfolgsrezept ist immer zu wissen, welche Wagnisse man eingeht und ob man halbwegs den gewachsen ist auch. Ja, also ich meine, wenn ich gefragt werde, kannst du chinesisch und ich sage ja und dann komme ich hin und sage, mach mal den Text. Xinjiang, Dunggang, Kahn, Yutu, Chutu. Ich kann es nicht. Das kann ich aber, das war ein berühmtes alte chinesische Sprichwort. Egal, das war am Rande. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, ganz allgemein? Dass ich dieses fürchterliche, diese letzte Phase, den letzten Akt des Lebens ohne große Behinderung überlebe, dass die Prostata nicht so schnell wächst, dass die Knie- und Hüftgelenke einigermaßen halten, dass der Lungenkrebs sich langsam erst entwickelt und dass die Gemeinheit des eigenen Körpers, das eigentlich das Schlimmste ist, weil man denkt, man hat das Leben gut überstanden und dann kommt er so um die Ecke. Und das wünsche ich mir. Und alles andere ergibt sich von selbst, weil zu jeder Schweinerei bin ich bereit. Da bin ich bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank und schönen Abend, Herr Kanzler. Ja, danke.